Musik Ja, ich denke, wir stimmen auch zu in der Fraktion und beschließen so. Wunderbar, danke, tschüss! So, jetzt geht's zum letzten Termin am heutigen Tag, zur Landesgruppe Rheinland-Pfalz in die Landesvertretung. Was ist die Landesgruppe Rheinland-Pfalz und was machst du da? Die Landesgruppe Rheinland-Pfalz, so nennen sich die rheinland-pfälzischen SPD-Abgeordneten. Und wir treffen uns hier in Berlin in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Das ist ein Gebäude, eine Institution vom Land Rheinland-Pfalz, die die Verbindung hier zum Deutschen Bundestag hält, zur Berliner Politik. Und wir rheinland-pfälzischen SPD-Abgeordneten treffen uns dort jeden Dienstagabend, tauschen uns aus über politische Themen, die vor allem das Land Rheinland-Pfalz betreffen, führen dort Gespräche mit Gewerkschaften, mit Parteivertretern, mit Verbänden, mit der Wirtschaft und halten somit den Draht von Berlin zu Rheinland-Pfalz. Musik Musik Musik